Namaste, namaske, herzlich willkommen an diesem Donnerstag, 18. April 2024. Herzlich willkommen beim Kaimi Report auf YouTube. Und vielleicht erinnert ihr euch noch an solche Zeiten. Und Jimmy ging zum Regenbogen. Das waren noch Zeiten, meine Damen und Herren. Es gab ja auch einen Roman von Johannes Mario Simmel, auch verfilmt worden. Ja, da, liebe Freunde, da waren viele von uns noch jung und schön. Jetzt sind wir nur noch und. Und im Rahmen von diesen Regenbogengeschichten gibt es jetzt auch ein neues Gesetz, nämlich das Selbstbestimmungsgesetz. Und das ist toll, weil es ist megatoll. Ich bin ja so extrem selbstbestimmt. Wisst ihr aber im Rahmen von dieser ganzen Nomenklatur, was Dead Naming bedeutet? Also das wird ja eingefordert, vor allem von linken, woken, diversen, inklusiven, regenbogenfarbigen, cancel-culturenden Universitäten. My Records, My Rights. Stop Dead Naming at Universities. Wisst ihr, liebe Freunde, was Misgendering ist? Auch da gibt es natürlich, in was für einen Farben mehr als Regenbogenfarben sonst, Understanding and respecting gender, a guide to avoiding misgendering. Also das Verstehen und Respektieren von Geschlechtern, ein Führer, um das Misgendern zu vermeiden. Und wir entwickeln uns evolutionsmässig mit riesigen Fortschrittsschritten. So wird es uns zumindest gesagt. Einmal pro Jahr darf jeder sein Geschlecht wechseln. Ich finde das noch, ganz ehrlich gesagt, etwas restriktiv. Warum nicht täglich oder halbtäglich? Vielleicht bin ich ja eher ein Morgenmann und eine Abendfrau. Das könnte ja sein. Und in der Mitte bin ich non-binär oder intergeschlechtlich oder was weiss ich. Also wir möchten einmal ein bisschen über dieses Selbstbestimmungsgesetz sprechen, selbstverständlich, weil wie ist die politisch-juristische Lage am 12. April 2024? Hat der Deutsche Bundestag für den Entwurf der Bundesregierung zum Selbstbestimmungsgesetz, SBGG, gestimmt. In der namentlichen Abstimmung erzielte der Entwurf 374 Ja-Stimmen, 251 Nein-Stimmen und 11 Enthaltungen. Es scheint doch immerhin noch etwa 251 Leute im Deutschen Bundestag zu geben, die, sagen wir mal, das Denken noch nicht als ganz fakultativ betrachten. Das ist die gute Nachricht. Was ist dieses Selbstbestimmungsgesetz? Liebe Freunde, darüber sprechen wir jetzt aber ganz ehrlich lieber auf unserer Partnerplattform bei Rumble, weil wir möchten ja Community-Richtlinien respektieren bei unseren Gastgebern von YouTube und diese nicht verletzen. Ich habe euch aber hier trotzdem noch ein paar Fundstücke. Bevor die aber kommen, erlaubt mir eine kleine Zwischenwerbung. Wir haben wieder Auftritte in Rapperswil bei Bern am Freitag, 26. April in der Konservi in Seon, am Samstag, 27. April, 30. April, vor dem 1. Mai in Münchenstein in der Hofmatt. Und dann die Woche drauf am 4. Mai spielen wir in Rathen in Oberägerie bei Ivan Itten. Einen habe ich vergessen, aber der kommt noch, wie ich sehe, nach den Ticketsadressen info.männerpraxis.ca, alle Spielorte unter megaschweizer.ca. Und hier ist er, der verlorene Gangreie, am Freitag, 3. Mai im Restaurant Rössle in Dürrenast in Thun. So, und jetzt, das war nicht mal eine Minute Werbung für die, die manchmal motzen, die Fundstücke. Ja, was wurde ich gelobt und was wurde ich angegriffen und zerrissen, als ich mich da über Köppel, Guier, Maurer und Tristan Brenn geäussert habe, insbesondere bei diesem Zeitgenossen jetzt mit Sexy Bertli unterwegs. Wahrscheinlich, das ist immer, wenn Männer so klare Dinge in diesem Alter noch ändern, und da muss irgendeine Frau dahinter stecken, frisch verliebt oder was weiss ich, geht mich nichts an. Ich finde, er steht ihm gut, aber um das geht es nicht. Sondern er hat auch bei SRF, er ist ja quasi auf Tournee jetzt, und er hat auch bei SRF ein Interview gegeben, Altbundesrat Ueli Maurer attackiert Corona-Politik. Und ich wurde extrem gelobt, weil ich mich korrigiert habe, dass er eben doch nicht so eine geile Sache ist, sondern eben auch eine eigene Agenda, eine Rechtfertigungsagenda vertritt. Und dazu stehe ich nach wie vor. Und ich wurde dafür gelobt. Ich wurde aber auch von SVP-Lern insbesondere geschlagen, weil es gibt ja, die SVP ist ja ganz speziell, es gibt ja den negativen SVP-Reflex. Wenn die irgendetwas sagen, ist es einfach schlecht, weil es von der SVP kommt. Egal, die könnten sagen, kein Mensch muss mehr hungern auf dieser Welt. Ja, nein, das ist Eigenpolitik von der SVP. Das ist die eine Sache. Aber es gibt auch das Umgekehrte. Wenn etwas von der SVP kommt, dann ist es schon mal gut. Das ist genau so falsch. Es gibt auch bei der SVP Menschen, das ist dann vorwiegend Menschen. Das ist sehr gut, aber es gibt unterschiedliche Menschen. Und unterschiedliche Menschen sind unterschiedliche Politiker. Es gibt gute Politiker dort, wie Werner Woppmann zum Beispiel, der immer wieder erstaunliche Initiativen mit wenig Mitteln durchboxt. Und es gibt Exponenten wie Frau Rickli, Herr Galatti und Herr Schneck. Ich glaube, wer sich ein bisschen in der Corona-Zeit mit der Politik auseinandergesetzt hat, braucht keine weiteren Erklärungen. Das finde ich Menschen, die entdecke ich teilweise nicht einmal in anderen Parteien mit diesen durchaus auch menschenverachtenden Einstellungen, die sie an den Tag gelegt haben. Und jetzt bei Ueli Maurer, ja, also es gibt schon Dinge. Weltwirtschaftsforum, Ueli Maurer will Feier für Gründer Schwab. Dabei soll er auch den Schweizer Pass erhalten. Er war ja Bundesrat. Bundesrat Maurer plant eine Feier für Weltwirtschaftsforum. Gründer Klaus Schwab, gut, man kann sagen, war noch vor der Pandemie. Aber ich muss euch noch etwas dazu sagen. Ich glaube nicht, dass der Ueli Maurer im Herzen wirklich einer von uns ist, die hingestanden sind im Gegensatz zu ihm. Vieles verloren haben, zum Teil alles verloren haben, geächtet wurden, ausgestossen, verstoßen wurden. Nein, das glaube ich nicht. Und das da finde ich super bezeichnet. Für alle, die noch Zweifel haben, und wie gesagt, auch ich habe mich verrannt. Das kann passieren. Ich glaube, man muss dann eben die Grösse vielleicht haben oder die Länge. Ich bin ja nicht gross, ich bin ja 1,88 lang und nicht 1,88 gross. Das ist ein grosser Unterschied. Kein langer, aber ein grosser Unterschied. Es ist schon gut, dass die SVP-Delegierten das Covid-19-Gesetz ablehnen. Man solle in Bundesbären durchaus spüren, dass es Widerstand gegen die behördliche Politik gäbe. Jetzt kommt ein Zitat von Maurer. Aber es darf im November, das war 21, Covid-2-Abstimmung, kein Nein geben, das ist klar. Das heisst, Maurer war für das Covid-19-Gesetz. Das ist nun mal einfach aktenkundig für alle Verehrer von Jürgen Maurer. Lassen wir das Thema. Wie gesagt, ich stehe auch dazu. Er war nicht allein, es waren sieben. Es waren die sieben Schlümpfe in Bern. Und er war, wenn man jetzt da noch eine Skala machen würde, wahrscheinlich war er nicht der Schlimmste von all denen. Aber die Tournee, servire disparait, wie das die anderen gemacht haben von den Schlümpfen oder noch machen werden, das münzt er um in wirklich Eigenvorteil und Eigenreinwaschung, ohne dass er dafür, ausser dass seine Finanzvorträge da abgesagt werden, und er wird es verkraften mit einer Bundesrat-Rente. Aber dass er sonst wirklich aus tiefstem Herzen sich entschuldigt, das bereut und Verzeihung bittet und so weiter, nada. Fahren wir weiter. Weltweiter Rückgang bei Geburten ist laut Forschern unumkehrbar, woran das liegt. Das war die BATS am 16. April dieses Jahres. In der Tat, Griechenland sogar vor Bevölkerungskollaps, schreibt TKP, der Blog für Science und Politik, und ein griechisches Medium schreibt, Population Collapse looming in grace, a sudden death, thore and fertility hits record low. Also der Populationskollaps droht, ist da, und in Griechenland, als diese plötzlichen und unterwarteten Todesfälle in die Höhe schiessen und die Fruchtbarkeit einen Tiefstand, einen tiefen Rekord erreicht hat. So, das nochmals die Schlagzeile im griechischen Medium und hier im Blog für Science und Politik. Und das war die BATS, ich weiss nicht, ob ich da umgeschaltet hatte. Sorry for that. Und ich weiss, also diese tiefen Geburtenzahlen, das muss ja einen Grund haben, das sagen ja auch Wissenschaftler. Ich weiss nicht, ob das ein wissenschaftlicher Grund ist. Ich weiss, wer aber daran schuld ist. Und das ist ja heute ziemlich einfach. Der Russe ist an allem schuld, bestimmt auch am weltweiten Geburtenrückgang. Nun gehen wir nach Brüssel, zum letzten der Fundstücke. Die belgische Polizei stürmt National Conservatism Conference. Da hat Nigel Farage gesprochen, da wollte Sarah Braverman sprechen. Der Konferenz wurde abgebrochen aus Angst vor Antifa-Attacken. Also das ist schon traurig, wenn die Polizei in der europäischen Hauptstadt oder eine der beiden, die andere ist ja Straßburg, die zügeln ja da alle Hännerschiss hin und her für Millionen von Franken und Euros, zügeln die da immer wieder alle ihre Bundesordner. Und der ganze Trost da geht dann von Brüssel nach Straßburg und umgekehrt, wie einst Hannibal mit seinen Elefanten über die Alpen kam, tuckern die, keine Ahnung, durch die Ardennen durch, was weiss ich. Also es ist schon tragisch, wenn die Polizei einer europäischen Hauptstadt eine Konferenz, die ja indoor stattfindet, mit Mauern und abschliessbaren Türen und so, nicht vor den Antifanten mehr schützen kann. Das soll mir doch keiner erzählen, dass das der wahre Grund ist. Es geht hier um Stummschaltung, um Zensur, um Rede, Sprech und letzten Endes auch um Versammlungsverbote. Die Konferenz musste aufgrund von Drohungen anarchistischer Gruppen und des Brüsseler Bürgermeisters zweimal den Tagungsort wechseln, aber laut einer gut informierten Person aus dem Organisationsteam kommt der Druck von viel höherer Stelle. Voilà. Kinga Gala, Europaabgeordnete der Fidesz, sagt gegenüber Ungery Today, dass auch diese Methoden sie an das kommunistische Regime in den 80er-Jahren erinnere, in Ungarn. Die Linken seien verzweifelt und versuchten, ihre Gegner zum Schweigen zu bringen, sagte die ungarische Abgeordnete. Ihre Meinung nach gerät die Linke in Brüssel angesichts der Herausforderungen, die die Konservativen mit ihrer Darstellung der Demokratie darstellten, in Panik. Sie nutzen die europäischen Institutionen, um Andersdenkende, man muss sagen Kritischdenkende, zum Schweigen zu bringen. Sie schwärmen von der Presse und Meinungsfreiheit, aber sie sind nicht in der Lage, Meinungen ausserhalb ihrer ideologischen Blase zu hören, geschweige denn zu akzeptieren, so Kinga Gala. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán soll morgen bei der Veranstaltung zu Gast sein, aber aufgrund der beispiellosen Einmischung der Behörden ist die Fortsetzung der Konferenz noch ungewiss. Die Fortsetzung, das Resultat der Fortsetzung war hier, in diesem Studio, bei Redaktionsschluss nicht bekannt. Ja, und damit bitte kommen wir zu unserem Selbstbestimmungsgesetz. Wechselt den Kanal Kaimi Report auf Rumble und dort geht es dann um die Transformation in die Gesellschaftsklapse. Schön, dass ihr bei uns wart, liebe Freunde. Wir sehen uns hoffentlich gleich auf Rumble und ich wünsche euch einen wunderbaren Donnerstag. Macht's gut, bis bald. Mein Name, Marco Kaimi, meine Zielgruppe, die Aufgewägten, die es bleiben und werden möchten. Genau, du bist schon wach. Saludos a todos. Bis bald oder gleich auf Rumble.